Musik Liebe Kinder, jetzt habt ihr so lange schon keine Musik im Elementarunterricht oder je Kids 1 Unterricht machen können, Corona-bedingt. Es ist Zeit, dass wir das schleunigst ändern mit diesem Film, denn ihr könnt hier verschiedene Musikstücke hören, mitsingen oder einfach mitmachen. Lasst euch da einfach überraschen, was kommt. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. Liebe Eltern, falls Sie Fragen zum startenden Instrumentalunterricht der Musik- und Kunstschule nach den Sommerferien haben, können Sie uns gerne anrufen oder uns eine E-Mail schreiben. Sie finden im beschreibenden Text unter diesem Video sowohl meine Telefonnummer als auch die E-Mail-Adresse. Und jetzt erstmal viel Spaß mit dem Film. Ich mach vor und ihr macht nach. Ta, 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 ta. Ti, 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 ta. Ti, 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 ti Danke schön! Hey du lieber Luftballon, soll ich dir einmal etwas vorspielen? Das Spielen macht mir Spaß, aber das Zusammenspiel ist noch viel schöner mit anderen. Ah, da sehe ich ja die Frau Bogina, die immer so schön Klavier spielt. Hallo Frau Liebe, schön, dass du da bist. Wollen wir zusammen Musik machen? Oh ja, dann können wir das Lied doch singen und das Klavier begleitet uns. Ach du lieber Luftballon, flieg mir bitte nicht davon. Wirst du fort, dann heil ich sehr. Habst du im Spielen keine mehr. Ich hab ihn! Ach du liebe Luftballon, flieg mir bitte nicht davon. Dann bist du fort, dann heil ich sehr. Habst du im Spielen keinen mehr. Amen. 돼요 Um, 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 um , um, um , ... ... um, 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 um Musik 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 Epoi, tai tai, epoi, toki toki, epoi, toki toki. Epoi, tai, epoi, toki, 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 toki. Hallo Frau Bogina, haben wir uns lange nicht gesehen, und vor allem euch Kinder nicht. Letztlich habe ich schon gedacht, ich hätte alle Lieder, die wir mit euch gesungen haben, vergessen. Aber dann fielen wir zum Glück eins wieder ein, weil es leider in unserer Straße gebrannt hat. Ah, ja, ja, aber das Feuer konnte recht schnell gelöscht werden. Und Frau Bea, wie warst du? Ich weiß, ich weiß, was du meinst, ich weiß. Laut ertönt die Feuerwehr, Feuerwehr, bringt doch endlich Wasser her, Wasser her. Seht die Flammen lichterloh, lichterloh, schon verbrennt das ganze Stroh, ganze Stroh. Mach doch mal die Straße frei, Straße frei. Lass die Wagen schnell vorbei, schnell vorbei. Aber, Frau Bogina, es gibt doch noch eine vierte Strophe. Wie? Hast du die ganz vergessen? Ja. Ach, ich singe, ich singe. Okay. Dann fällst du wieder ein. Na klar. Aber weißt du, was mir jetzt eingepasst ist? Gut, dass du dein Instrument holst. Pass mal auf. Ihr Kinder, ihr könntet doch jetzt mal das Echo sein, wenn Frau Kral und ich singen und spielen. Ja. Laut ertönt die Feuerwehr, bringt doch endlich Wasser her. Seht die Flammen lichterloh, schon verbrennt das ganze Stroh. Mach doch mal die Straße frei, lass die Wagen schnell vorbei. So, 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 so. Tschüss. Tschüss. Rhythmus Echo Teil 2 Mein Mund, eure Hände. Ta, 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 ta. Meine Hände, euer Mund. Danke schön. Oh, was ist das hier für ein schöner Raum? Da kann man bestimmt gut Musik machen. Hey, hallo Frau Schul. Hallo Frau Buggelner. Schön dich zu sehen. Ja, lang her, ne? Ja, sehr lange. Dann mach ich mal Musik hier. Musik. 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 Hallo liebe Kinder. Das Lied, das ich gerade gespielt habe, kennt ihr sicher alle. Dann singt doch jetzt mit. Musik. 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 Kommt doch jetzt. Ach, das wollte ich gar nicht sehen. Ich wollte nämlich noch etwas anderes mit euch machen. Setzt euch mal hin, dann können wir die Bewegung besser machen. Wir lassen die Hände fallen und aufeinander. Fallen und aufeinander. Und jetzt sind wir viel zu langsam. Und runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch. Ich glaube, Frau Buggelner, du kannst jetzt mitspielen. Super. Musik. 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 Ja, singen, es weißt uns im Vorhang. Es ist nicht schwer. Und nicht mehr sein kann mehr. Hört alle Leute und alle wir. Singen, ja, singen, es ist gar nicht schwer. Am Morgen, am Abend, alleine und im Blut. Singen, ja, singen, es weißt uns im Vorhang. Frau Brauner, bald sind doch Sommerferien. Hättest du Lust, mit mir eine Reise zu machen? Oh, Frau Krahl, das ist eine tolle Idee. Sehr gerne mache ich das. Nimmst du dein Akkordeon mit? Ja, das habe ich immer dabei. Okay, dann lass uns doch mal eine weite Schiffsreise machen. Bis nach Amerika? Ja, los geht's. Schiff Ahoy! Im Hafen, wo viele Träne sind, da wiegt sich ein großes Schiff im Wind. Das Schiff ist so groß, wie ich mir eines sah, und fährt nach Amerika. Mein Vater, der ist der Steinermann, und wenn ich ihn mal besuchen kann, dann geh ich zur Bucke und spiel auf die Tee, kann fast schon Amerika sehen. Und darf ich in den Maschinenraum aus Bolaunen weit aufs Wasser schauen, dann finde ich los, die Farbe ganz wunderschön. Ich glaube, ich werde auch Kapitän. Ich glaube, ich werde auch Kapitän. Ich glaube, ich werde auch Kapitän.